Mein Name ist Sebastian Linder. Mit zwölf begann ich zu skaten und es war meine erste große Liebe. Doch eines Tages sollte sich alles ändern. Ich verlor sie, die Unverwundbarkeit. Chris war das absolute Gegenteil von mir. Keine Ahnung, das mache ich vor dem Scheißen. Erlebte Skateboarding. Die leichtesten Dinge! Und genau das brauchte ich jetzt. Sobald der zweite Kaffee hier drin ist, geht's Feuerwerk los. Ich beiß mir voll ein ab, ey. Wenn du nicht weißt, wer du bist und was du von dir selbst erwartest, dann musst du dich auf eine Reise begeben, um dich selbst zu suchen. Alter, spuck mich nicht an. Ich musste mich auf die Suche begeben. Auf die Suche nach der Essenz von Skateboarding. Da hast du dasselbe was ausgedacht und es ist halt immer mehr gewachsen. Meine Einstellung ist auf jeden Fall aus jedem Tag irgendwas rausziehen. Dein ganzes Leben verändert sich, wenn du Skateboarder bist und es ernst nimmst. Ge sights hier. Träger! dice. gliss, grüß. gliss, gliss, gliss. gliss, gliss! gliss, gl gliss, gliss, gliss. Pentadension. Untertitelung des ZDF, 2020